Dass die TechMap lediglich eine Orientierungshilfe ist, dass man weiß, wo man gucken muss, damit man sich nicht die Hände wund googeln muss. Dafür soll die TechMap da sein. Hygienemanagement, Dokumentation, der ganze Käse, der geht mir unheimlich auf den Zeiger. Weil jeden Monat muss ich dann denken, dass ich die Zettel neu ausdrücken muss, dass ich diese 35 Zettel überall in meinen Betrieb aushänge. Ich muss darauf achten, dass ich alles ordentlich einhefte vom vergangenen Monat, dass jeder auch seine Temperaturen ausgefüllt hat, dass jeder überall seinen Karl-Otto hinterlegt hat, ist in den meisten Fällen auch nicht immer so. Wir sind alles nur Menschen und das nervt, da hinterher zu rennen, dann später unterschiedliche Google-Schreiber zu benutzen, um es später auszufüllen. Kennt, glaube ich, ja auch jeder. Und hier vielleicht noch ein Tipp an die Hersteller, die jetzt gerade zuhören. Da werden bestimmt auch einige mit bei sein. Erstellt doch mal so einen Sprachassistenten für diese scheiß Rezepte. Kein Mensch hat Bock, Rezepte zu erstellen. Das ist das Lästigste überhaupt. Also mal zusammengefasst, wenn wir den Talk jetzt mal reden passieren lassen. Erst, warum will ich was digitalisieren? Dann, was will ich digitalisieren? Und wer kann es machen? Diese Reihenfolge einmalen, oder? Und wer ist vermelde, das ist das Lästigste? . Bis zum nächsten Mal.